so weiter geht es heute mit pokémon shit und wir machen heute die naturzone unsicher und ich hatte mal eingangs das let's place gesagt wie man das am besten trainiert und genau diese vernester die hier zum beispiel sind die habe ich gemeint die könnt ihr quasi genau ich kann hier die kamera drehen so und wie gesagt ich werde mir hier ein bisschen die nester mal genau angucken genau pokémon ist so wenn man viele pokémon ist da aus denen eine lichtweilende thema aufsteht wenn du ein nest untersuchst kannst du entweder alleine und mit drei anderen trainer gegen das dynamax pokémon antreten das sich darin verbirgt und wenn ihr quasi keins findet diese pokémon tauchen wir uns dann auch wenn dieser lichtstrahl rauskommt also sonst findet ihr einfach ein bisschen watt und zwar 50 stück und so heller das ihn leuchtet umso mehr watt gibt es dann jetzt ehrlich und wie gesagt macht das ganz einfach kämpft hier gegen diese pokémon mache ich jetzt auch gleich ich werde ein bisschen trainieren müssen so 50 watt gekriegt da ist auch noch mal ein bisschen was aber hier bei drüben habe ich auch inzwischen sehr lange überlegt ob das ein team nehmen soll also die weiterentwicklung dafür noch in weise aber wenn wir nicht tun aber vielleicht kriegen wir ja das zwei meines wissens gibt es hier die frage ist was vom level her passt aber wir gehen jetzt erstmal in richtung dieses dynamax pokémon ich muss mein team beinhalten so wo kann man bewegen und dann könnt ihr da einfach trainieren das zeige ich euch wie das jetzt gleich funktioniert so 300 watt bekommen wir dafür und wir haben bei der pokémon besiegt hast du wirklich alles fangen kannst du sagen dass du ein items vergett hast genau wir kriegen immer items dafür und sich der gas pokémon und das ist ein normal flug pokémon das müsste beim bild ja ein hohtod sein ist ein generate also machen wir das ganze ding normalerweise könnt ihr mit bis zu drei freunden hier spielen in dem ihr auf mitspieler suchen geht wir werden aber alleine kämpfen nein wir kämpfen nicht wirklich alleine sondern wir kriegen drei andere trainer und das das ist der erst so recht den wir jetzt machen ja wie gesagt ein hohtod und da kennt man die pokémon welche das sind und wir werden mit hoplo anfangen die twitch können wir jetzt auch dynamaxieren machen wir auch mal so wir gehen mal drauf auch nur drei runden dieser düna max ist quasi die mega mega erwig weil sie etwas neuere megavikupiter die komplett kam und dieser platzierer dauert halt länger Ich hab jetzt fast gedacht, dass es eine Dings-Attacke ist, eine Wasser-Attacke. So, der geht schon mal down. Hier kriegt ihr uns alles mögliche. Und dieser Kampf geht über uns nicht ewig. Sondern nach einer gewissen Rundeanzahl bricht dieser Kampf an, wo sie müssen, weil es quasi direkt bis sieben ist. Ich hoffe zumindest, dass wir es werden kriegen. Und umso mehr kriegen wir natürlich auch Level. Und umso mehr Eichels bekommen und alles rum und dran. Ja gut, okay. So, drauf. Ich starte schon, wenn wir mal an Fähigkeiten aufkommen, okay. Klar, es ist nicht ohne, es ist neugierig an dem Raid und wir sind gerade mal Level 11. So viel ist es auch nicht. Ich hoffe, dass es irgendwie geht. Es wird schwierig werden. Wieder ein Volltreffer kassiert. Wird er gemacht. Wir haben Togepi und... So, Resolidero ist wieder fit, nach einer gewissen Zeit so ein Pokémon quasi wiederbelebt. Oh, mach weiter lieber. Ich dachte jetzt... Ja gut, Resolidero hat ja gar keine Chance gegen dieses Pokémon. Oh, viel haben wir nicht mehr. Wir müssen jetzt eigentlich irgendwann direkt... Wir haben jetzt gut die Hälfte ist weg. Genau, Togepi. Jawoll, mit Anti-Kraft. Ja gut. Äh. Ja, wir haben glaube ich keine Chance. Ach Gott. Ich dachte mir das würde... Oh, das würde wahrscheinlich nicht reichen. Oh, das würde wahrscheinlich nicht reichen. Ja. Dann müssen wir in einer anderen Welt probieren. Oh, hier sind Items. An den Bäumen findet ihr mal welche Äpfel. Das ist aber kein Apfel, das ist ein Bokeball. So, gut. Hier könnt ihr uns, wie gesagt, sehr gut trainieren. Ich kriege dann meistens noch welche Items und alles rum und dann. So. Keine Sorge, hier braucht ihr die Level am Ende. Gerade was ist, wenn man dann die Pokémon hierher geht und sowas. Das ist übrigens auch wetterabhängig, welche Pokémon hier auftauchen. Und das ist wiederum alles. Dann tagesdatumsabhängig. So, was haben wir jetzt hier als nächstes? Ein Kampf-Pokémon. Ja, ich probier's mal. Komm. Jetzt haben wir ein bisschen Glück bei den Pokémon-Trainern. Wir machen noch einen Wait. Das wird's mal Rollo. Was ist jetzt auch so? Ja, wir haben kein Blut-Pokémon oder so. Mit Glück habe ich, normalerweise findet man sich auch ein Custard-Duo. Das ist ein Pflanzen-Stahl-Pokémon. Also, da macht er gar nichts mit. Was haben wir denn hier überhaupt vorhin genau? Und was ist vorhin genau? Das war einfach, dass wir das ein bisschen im Psycho-Einsatz, dann könnte das funktionieren. Also, wie gesagt, normalerweise macht er die Welt mit drei Freunden zusammen. Dann ist das ein bisschen einfacher als hier mit diesen Vendentrainern. Aber ich finde, wir werden diese Level auch haben, ein bisschen. Wenn wir items haben. Ob wir jetzt aufrunden, was ist dann... Nee, ist es nicht. So, in dem Fall auch hier am Katzen, wo wir dann bis hier auch mal als Vendentrain-Kräucher sind. Was war denn sowas jetzt gerade? Jetzt haben die Vendentrager sehr gut. Ja, ich rufe ja gerade das Pipi hier an, was die da nicht war. Den Fokus-Code, okay. Uh, das war ja auch sehr effektiv. Jetzt sind wir die... Bodyguard, ja. Okay, ich greife mich an. Hilf mir ein bisschen. Wenn ich Glück habe, kommen wir mal zwei... Was hat der jetzt? Ach, er baut sich jetzt eine... Okay, er baut... Das auf, okay. Ja, normalerweise bauen die sich dann quasi eine Schutzball auf. Wir haben eine Sieg. Treff doch an, nimm dann eine Ohna-Psycho-Attacke oder so. Hm, ich brauche noch zwei Runden, dann habe ich es. Glück, ich habe Kriegs noch ungekriegt. Okay, das war es schon. Oh, glaube ich, ich bin nicht besiegt. Super. Ja, dann machen wir jetzt bestimmt nur einen Scheiß. Ah, er greift da nicht mit den Lebensstoffen an. Er greift da mit einer Attacke ein. Er macht mir so die Runden kaputt. Mit so einer Kacke. Hab ich sie. Ach, gut. So, jetzt brauche ich noch. Ich kann nichts machen, ne? Mein Pokémon ist immer noch. Ja. Sehr schön. Komm, eine Runde. Jetzt ist es irgendwie durchhalten. Komm jetzt. Und jetzt kommen wir in einer... Eine Runde muss ich durchhalten. Komm, jetzt muss er... Nein, es ist viel geschlagen. So, jetzt. Ja, wir haben es. So, jetzt könnte ich es hier ruhig fangen. Aber mir geht es nicht um das Fangen, sondern mir geht es um die Items. Aber wir werden es trotzdem fangen. Jetzt auch noch in die Boxen schicken, weil ich nicht als Teammitglied fangieren werde. So. Eins. Zwei. Und drei. Dann gucken wir mal, was er für ein Items wir kriegen. Oh, wir haben jetzt mal die P-Bombo. Sehr gut. Diese P-Bombo ist schon fast nicht anders als Sonderbombo. Umso größer, umso mehr gibt es. Ich will kein Pokémon mit meinem Team. Wir haben auf der ersten Welt gewonnen. So. Dann gucken wir mal auf den Beutel. Oh, ich habe da ein LX bekommen, ne? Ja, Attacke bekommen. Aurasphäre, wenn ich das nicht gesehen habe. Ist leider nicht erlärmbar. Schade. Aber das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Warte mal. Ach so. 800 Erfolgspunkte. Haben oder nicht haben, ne? Doppelklick, ja? Gut. Heule. Weg damit. Lennert 16. Das ist mal Heule, okay. Den haben wir jetzt beim Morgen. Hopplo. So, und dann gehen wir mal. Da setzen wir zwei auf das Hopplo. Und drei dann auf die... Ah, okay. Das bringt ja gar nichts. Und drei setzen wir also auf die... Auf... Zickzacks. Oh, ein Level. Ah, normalerweise gibt es mehr. Okay. Ähm... So. Genau, Pokémon. Pokémon bewegen. Wenn du mal kriegst, dass ich die... PC-Boxen. Ja, kann man jetzt nicht... So. Genau, das meine ich bewegen. Rein damit in die PC-Box. Wir brauchen es nämlich nicht. So, machen wir noch einen Wait. Und dann machen wir weiter. Und gucken, was wir jetzt kriegen. Was haben wir hier? Ach, das ist wieder Nothut. Ich brauche was. Da vorne war doch irgendwo einer, ne? Da vorne war noch einer. Also, wie unterschiedlich immer welche das sind. Und jetzt mal durchgegeben, wie wir das einfach kastetue. Oh, ein Roselia. Die müssen wir uns nicht immer auf unserem Level nehmen. Das habe ich auch schon mal kurz gesagt. Roten Pokémon. Hm. Ich überlege gerade auf, was ich nehme. Hm. Hm. Ich überlege gerade auf, was ich einfach ins Team nehmen. Weil es wird ja... Wenn es das Pokémon ist, was ich meine, wird es ein Drachen Pokémon. Ich glaube, wir nehmen es sogar ins Team. Okay, das ist ein Dachlion. Ja, okay. Ich hoffe, es kann euch mal einfach an, dass es ganz überhut ist, dass der... Okay. So. Ich glaube, es kann keine Drachen... Äh, keine Wohne attacken können. Das ist nämlich okay. Ich glaube, es wird sich schon drüber geht, dann von Team nehmen. Ich glaube, wir haben alle Sachen auch mal geplant. So. So, wir haben auch wieder mit drei Level drüber. Er hat einen Blitzer. Oh, ich kann auch nicht. Auf dem Brennen. Geht's mir nicht. Schade. Ja, gut, die Hälfte ist schon weg. Oh, bitte nicht auf mich. Ich glaube, es geht auf mich. Nee, geht's nicht. Okay. Jetzt habe ich noch. Nein, steigt. Ich werde relaxen. Ja. Dann mach die so oft, das geht irgendwie, und dann geht's schön genug herab. Und dann gibt's diese Items. Also, dann geht das weg. Jawohl. Das haben wir. Das war doch nicht einfacher, als das... ... nach Rollover so durch. Du könnt's fangen. Wir können's auch lassen. Aber wir fangen es. Jetzt hoffen wir zum Pokédex auch noch. Und dann gehen wir Richtung Engine City. Ich kriege ich auch schon mal die zwei mit in meiner neuen Team mit wieder. Das war geplant. So. Drachenklaue. Cool. So. Gute Attacken. Ich habe keine Leinträge. Der Knackleon. So. Pokémon. So, das nehmen wir raus aus dem Team. Hier ist es auch nicht ins Team. Ich hab' ja gesagt, dass ich keine alten Formen ins Team nehme. Dann muss ich doch mit dem System machen. Ich hab' eigentlich ein bisschen alles geplant, aber gut. In den Regionalformen. Auf jeden Fall. Wir haben immer nur Gala Pokémon rein. So. Dann nehmen wir alle fünf rein. 500. Okay. Da ist doch gar nichts drin. Dinamox. Das gibt alles auf Hopplo. Mit 13. Zigzags ist jetzt allein Kopfnuss. Dann also dafür Schlecker mal raus. Gut. Also, wir haben noch eine Attacke. Vielleicht gucken wir uns die mal an. Ob ich die mal lernen kann. Kann natürlich auch keines. Naja. Das hab ich geplant. So. Dann machen wir uns jetzt weiter mal nach Engine City. Was war hier lang, ne? Dig das. Und das ist von weise. Cool. Ach. Ich weiß nicht. Ich dachte, ich könnte jetzt. Naja, man muss es. Doch. Hier links. Über die Brücke müssen wir nämlich. Und dann aus und rum. Oh, jetzt regnet. Es ist gewittert. Ah, das ist ein höheres Aufkommen von Elektro-Pokémon. So als Pikachu und so. Das Wasser können wir noch nicht. Oh, ein Garados. Cool. Nehmen wir mal die Frage. Machen wir noch einen Wait. Ich guck jetzt mal, was es hier noch gibt. Weil so jetzt gerade hier zu kämpfen gegen Angler vor allem. Nehmen wir die 300 Blätter mit. Und das ist ein... Oh Gott. Schwierig. Ah, das ist ein... Ein Sharkwab gewesen. Ein Wasser-Pokémon. Nehmen wir hier Pipi. Und ein Voltensum. Ich sag ja Elektro-Pokémon. Und das sind diese Giga-Rates. Das müssten wir das finden. Ah, genau. Watt, ja. Watt ist quasi... Kann man hier Sachen bei den meisten bei vielen Menschen kaufen. Wie Items und also irgendwelche Steine und so. Ein Uferkraut. Nochmal Uferkraut. Hier kann man angeln. Das wird wieder Uferkraut sein. Ne, noch ein Belieb. Ein Leber. Wow. Was war hier? Ein Flug-Pokémon. Ah, das... Dusselkoa kann das sein. So. Na gut. Wir machen uns jetzt auf nach Engine City. Bzw. wir machen es nicht jetzt, sondern in der nächsten Folge. Wir sind schon wieder etwas länger dran. Das wollte ich euch mal zeigen. Er tut so und so weiter. Und so alles drum und dran. Wie gesagt, das könnt ihr gerne machen. In der nächsten Folge kommen wir uns hier mal in Engine City um. Nein. So. So. Also. Dann, wenn ihr geht.